Wir befinden uns weiterhin in einem Risikobereich. Wir haben bestimmte Ziele bis jetzt immer noch nicht erreicht und es sieht immer noch sehr, sehr spannend aus. Es bleibt definitiv abzuwarten, was jetzt in den nächsten Stunden mit dem Bitcoin-Preis passiert. Und ich habe für euch die besten Informationen rausgesucht, um euch auf potenzielle Trades vorzubereiten, damit wir alle zusammen die besten Trades setzen und die bestmöglichen Profite erzielen. Vielen Dank Leute für euren so starken Support in den letzten Tagen. Ich habe speziell für euch etwas vorbereitet. Ich werde hin und wieder mal in meinen Videos 50 Dollar komplett frei raushauen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist eure Bitcoin-Adresse unten in die Kommentare reinzuschreiben und ich werde einen von diesen Adressen rauspicken und Bitcoins im Wert von 50 Dollar im nächsten Video überweisen. Außerdem habt ihr weiterhin die Möglichkeit bis zu 1610 Dollar hier auf Bybit abzuholen. Ihr müsst lediglich meinen Affiliate-Link hier unten in der Videobeschreibung anklicken. Danach öffnet sich Bybit. Innerhalb von Sekunden habt ihr euch einen Account erstellt und nach eurer ersten Einzahlung erhaltet ihr bis zu 1610 Dollar. Komplett kostenlos, komplett unverbindlich. Vielen Dank Leute. Und wir starten nun direkt mit unserem Bitcoin-Preis, denn wir haben hier an dieser Stelle eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Jetzt gerade in diesem Moment tut sich ein neues Pattern auf, welches potenziell sehr bald aussprechen wird und deshalb dieses Video, um euch auf die bestmöglichen Trades vorzubereiten. Aber bevor ich mit dem neuen Pattern anfange, möchte ich hier gerne über das letzte Pattern, worüber ich in meinem letzten Video gesprochen habe, zu sprechen kommen. Und zwar haben wir hier an dieser Stelle ein Head & Shoulders Pattern gehabt und so wie ich es vorhergesagt hatte, sind wir nach unten hin ausgebrochen, so wie es auch wahrscheinlicher war für ein Head & Shoulders Pattern, da es, wie ihr bereits wisst, ein bärisches Pattern ist. Nicht nur das, ebenfalls über diese gelbe Linie, welches ihr hier erkennen könnt, habe ich ja bereits mehrere Male in meinen Videos gesprochen. Und mit dem Ausbruch nach unten hier aus diesem Pattern, haben wir ebenfalls diese gelbe Linie hinter uns gelassen, allerdings in diesem Fall leider nach unten hin. Glückwunsch an jeden einzelnen von euch, der meine Videos geschaut hat und hier in dieser aktuellen Situation Profite mitnehmen konnte. Das potenzielle Preisziel hier aus diesem Head & Shoulders Pattern lag ja bei in etwa 31.500 Dollar, welches ebenfalls ein sehr, sehr starker Support gewesen wäre. Allerdings sind wir glücklicherweise nicht bis zu diesem Support runtergefallen. Weiterhin ist es allerdings möglich, dass wir mit dem Preis runtergehen werden und möglicherweise erneut diesen so starken Support hier gekennzeichnet mit diesem roten Kasten antesten werden. Und nun Leute, wie gesagt, hier an dieser Stelle tut sich jetzt gerade ein neues Pattern auf, welches möglicherweise sehr bald ausbrechen wird. Deshalb möchte ich natürlich an dieser Stelle über dieses sich noch bildende Pattern zu sprechen kommen. Und zwar bildet sich jetzt hier in diesem Moment ein Falling Wedge in unserem 4 Stunden Bitcoin Chart. Ein Falling Wedge ist ja an sich ein bullisches Pattern und somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus diesem Pattern nach oben hin ausbrechen werden, ein kleines bisschen höher als die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach unten ausbrechen werden. Ihr wisst aber auch, dass wir in den letzten Tagen sehr viele Fakeouts erlebt haben und somit würde ich nicht unbedingt die höchsten Leverages benutzen und wenn ich traden würde, dann entweder komplett die Leverages weglassen oder nur ganz kleine Leverages benutzen. Und natürlich möchte ich euch auch noch das potenzielle Preisziel hier aus diesem Falling Wedge zeigen und zwar wäre dann unser potenzielles Preisziel bei in etwa 36.500 Dollar, was jetzt aktuell in dieser Situation ein ziemlich bullisches Preisziel wäre. Wenn wir dieses Preisziel aus diesem Falling Wedge erreichen sollten, wären wir dann auch kurz davor hier unseren nächsten Widerstand zu erreichen, der dann bei in etwa 37.000 Dollar liegen würde. Natürlich nicht zu vergessen, wir wären dann ebenfalls oberhalb von dieser gelben Linie, oberhalb von diesem so starken Widerstand, den wir jetzt hier schon seit Wochen in unserem Bitcoin Chart haben. Aber leider haben wir in unserem Bitcoin Chart auch bärische Pattern und zwar habe ich ja gestern in meinem Video bereits über dieses potenzielle Hätten-Schulers-Pattern in unserem Tageschart gesprochen und wir sind noch nicht aus diesem Hätten-Schulers-Pattern nach unten hin ausgebrochen, allerdings haben wir immer noch das Risiko vor uns. Wenn wir hier aus diesem Hätten-Schulers-Pattern nach unten hin aussprechen sollten, wäre dann unser potenzielles Preisziel bei in etwa 22.100 Dollar. Meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich, allerdings ist es das, was wir hier aus der technischen Analyse ableiten können. In diesem Moment haben wir noch keine Gründe, um in Panik zu verfallen, denn wir können hier an dieser Stelle erkennen, dass unser MACD-Indikator weiterhin grüne Kerzen anzeigt. Natürlich würde ich mir wünschen, dass sich diese beiden Linien weiterhin voneinander bewegen und somit diese grünen Kerzen an dieser Stelle höher werden und wir somit in ein noch bullischeres Momentum übergehen. Wie gesagt, Leute, ihr habt die Möglichkeit, egal ob es nach oben oder nach unten geht und egal ob es unser 4-Stunden-Chart oder unser Tageschart ist, diesen Trade komplett kostenlos zu setzen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist diesen Link unten in meiner Videobeschreibung anzuklicken. Danach öffnet sich Bybit. Innerhalb von Sekunden habt ihr euch einen Account erstellt und nach eurer ersten Einzahlung erhaltet ihr bis zu 1.610 Dollar komplett kostenlos, komplett unverbindlich, womit ihr euren nächsten Trade komplett kostenlos setzen könnt und anschließend die Profite wieder auf eure Wallet ziehen könnt. Vielen Dank, Leute. Das war es von mir für dieses Video. Wie gesagt, im nächsten Video verlose ich Bitcoin in Wertform 50 Dollar. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist eure Bitcoin-Adresse unten als Kommentar reinzuschreiben und im nächsten Video werde ich dann eines dieser Adressen rauspicken und dieser Person dann die Satoshis im Wertform 50 Dollar zukommen lassen. Vielen Dank, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer up to date bleibt und immer von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.